Du Wichser Hä? Ey, Mann, das hättest du echt nicht machen sollen, Mann! Hey, los, Freunde, weiter geht's! Hey, hier reichen die meisten Punkte! Hey, warum lachst du? Tu nich so! Und eh null! Junge, Mann, hör auf! Alle, Mann, bereit zum Kämpfen! Jaha, ich bin ein Gott! Tut mir leid, aber ich bin nicht religiös! Ich unterstütze dich und vertraue dir mein Leben an! Okay, alles klar! Hör zulässt ab! Wenn es um Namen hier geht, ist es mir egal, ob du stirbst! Was? Je lang, je lang ich, was? Ja, ich hab extra so schnell gemacht! Nicht, dass ich denke, es ist asynchron! Du wichser mal! Warte, alle gegen alle? Ja! Ja, kommen alle sofort auf dich! Mach einfach so! Komm, mach das wieder, kommen wir wieder im letzten Part da! Wie du alle auf einmal so verprügelt hast und alles groß! Nein, das ist was anderes hier! Komm, spezial! Tja! Ja, die dritte Spezialattacke! Das muss jetzt sein! Ja, es ist klar! Äh, warte! Äh, wie heißt der Typ wieder der Indianer da? Äh, ähm, haben wir vergessen! Guck mal, er hat nichts besseres zu tun! Ich wusste nicht, wie die andere geht! Ich hätte auch einfach drücken können! Das stimmt! Die Gadgete-Pistole! Nein, nein, nein! Die sind noch alle auf dem Boden! Achso, es geht weiter! Ja, wenn ich erreiche die meisten Punkte! Wer hat von denen halt eh nur gerufen! Nein, nicht die, ne! Gartenlänge! Ja! Was glaubst du, wie viele Punkte du brauchst? Ich glaube maximal 20, oder? Äh, was? Ich krieg für die einen Kill... Zwei Punkte! Zwei Punkte! Ich meine ja, 20 kannst du ja! Okay, warte! Mach ein! Warte! Was? Noch mal, noch mal, noch mal! Ach, verdammt! Ich glaub ich krieg die nicht! Mit der ersten Attacke! Guck! Dritter Kampf! 1, 2, 3! So! Doch, du hast sie irgendwie schon bekommen... Verdammt! Verdammt! Egal, verprüg ich ihn doch hier! Dafür krieg ich jetzt eine Gucke! Egal, Zoro kommt auch noch! Ey! Ah, du dreckiger Hund! Aber... Was wäre, wenn du so komplett getroffen hättest? Warte mal, oder war das die ganze Attacke? Also, ein Tritt nach unten und dann... Ja, das ist die vor viel ab. Ach so. Soll ich mal eine Smoker? Ja... Ja... Da muss jetzt... Jetzt andere... Oh! Na, ich mach warte... Das ist besser! Okay, so manchmal... Wie viel, wie viel hast du es geschafft? Alle! Ähm, warte, mancheiziel, gerade wie viel du hast? Äh, 12 wahrscheinlich! Nein, nein, nein! Stehen! er hat ja 14 bis hin jetzt sehen wir sind ja ich habe nicht als er mal umgebracht doch ich habe damit gezählt dass wir sind an die dort zu besiegt und das ist ein Punkt von die abgezogen dann ich gehe nicht die Punkte aber das hat doch ein Punkt von der Kutze meiner Gegner jemanden tötet aber letztendlich ich weiß für mich immer wieder einmal Robben mit Deiner Robin Scheiße Mann Warte Guck Geheim angemeldet Erwischt Super Money Money Boy Ja das Das Und dann nochmal so Okay es geht weiter Leute Es geht weiter Junge Mann Nichts das Fertige deine Gegner Ein Riesengigant Sag jetzt den Mann Muss einer von diesen Riesengiganten da kämpfen So Warte ich will man die Gegner sehen Aber langsam Los geht ich bin Okay Ich wollte dir Bericht erstatten aber ich habe etwas Zeit übrig Ich wollte dir Bericht erstatten Okay Okay Kuma Ich dachte Was ist das Und Zack Warte ist es nicht das was Das Das Äh Das Äh Das Ich habe jetzt erstmal Was Ist gut Aber das hat man ein Anime gesehen als sie das Er hat es explodiert sind wir in die Gegend von Gekomoria gekommen Du hast noch nicht 3 Ich mach ich mach nicht 3 Das ist anders ist eigentlich auch schon gut Ein bisschen 3 kann nicht schaden Okay warte gleich Wenn wir Robin einsetzen dann ist er sicher Okay Ups wieder falsch zu lassen Also er muss in der Nähe sein oder Ja Oh Nein Warte er ist jetzt Jetzt Setz ruhig Setz ein Guck siehst du weil ich diesen Curry Ähm Aber warte vielleicht driftsen ja Mit einem Menschen Gleich Komm her Komm her Ey da hat es abgewehrt Back mit dir Und Und Smokers Oder echt der behinderte Game Hinsichtlich Verteidigung Zweimal Heißt ja nur Geld Alles für Geld Money Money Oh Money Die hinsige Kampagne auf Schabot Oh Schütze Oh Schütze Was statt das Schütze Hier oder meinst du Rechts Schütze Wafio Damit dann nicht Wieso nicht Wieso nicht Zorro ist auch cool Ich habe noch ein bisschen trainiert Erst Level 7 Oder 8 Aber das ist doch noch wenig Ich bin so optimistisch wenn ich so sage Haar sagt irgendwas anderes Mann Los ich mir bereit zu Ich werde sie Nein Ich bin sauber Wenn ich mich nicht zurück Warte ging die alle Nein Ich hatte Also Okay Warum hat der nichts gesagt Weiß nicht Oder hast du weggedrückt Nein Ich habe wirklich gemalt Also Agitiv Irgendwie ignorieren sie dich oder Ja Ich weiß nicht Das ist doch Marina sollte Alarm Zehn aus der Erneut Nur mit seinem Schwert ist dann Oh yeah Nur mit seinem Schwert ist dann stark Oh Schütze Spezial Nein ich mach das hier Verdammt Ist doch nicht Speziale Ja mal Jetzt auf einmal kein Shopper So die meisten Punkte Wenn ich jetzt Musik Das war nicht ich Der Worte da unten liegt Oder Schopper selbst Nein Nein Hülsereaktive Beide Dann nehmen sie gegen das umgebracht Jetzt will ich auch Was ja egal egal Ich hab noch Zeit Hm Ich verlieb schon nicht Hm Wenn ich nicht abholen würde Ich bin sie einfach den hier Gert du Oh Ich nehm mich nicht Ey jetzt nicht Er hat das jetzt Übertreib Wie heißt er wieder Das passt Kopf Spendent 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 Jetzt auf einmal kein Shopper Suche heftigen Attacken Wenn ich Er ist ja sehr speziell Achso Ich Wiederholen lieber Du schaffst die Musik Dann guck mir mal Du schaffst das niemals Alle haben alle mehr Verdammt Sag ich ja Werden wir vielleicht Wenn nicht ganz da Warte mal komm Dieser feige Hund Er ist schlau Dann mach ich ja ihm Schaffst du nie Doch sieben Sekunden Ich bin optimistisch Das war Rob line Warte Ja Ey wenn ich nicht abholen würde Ach egal Mach Start und dann wiederholen Ja Wieso ich Ich wollte eigentlich nicht aber egal Wirst du Ja, aber dann, gewinne, gewinne, das ist die einzige Vorsitzende, wenn ich die Abo wühne. Wieso haben die beiden Kronen, haben die mehr Leben als du, oder? Ja, weil die mehr Leben. Da kommt nicht aus, jetzt. Weiß ich nicht. Übertreib doch, Mann. Die verprügeln dich einfach weg. Ich weiß. Weil die denken, ja, ist klar. Das war auch Robben ein. Warte, noch nicht. Das sind die so ein bisschen nebeneinander sind. Und ich besiege dir erstmal. Ja, okay, gut. Schopper? Äh, setz mal schon mal ein, Robben. Nein, lass ihn. Warte, warte. Dann kann man das dritte sein. Ey, das ist ja der Dritte schon statt. Das erste macht das, bricht die sozusagen die Schu... Sein Schutzschutz, dritter Gang anstort. Er schimpft die Erde, der Spezialtergang gesetzt. Nein. Weißt du was? Ich bin mein Versammel. Damit die keine Punkte bekommen. Aber da auch eine Woche... Ich war zum Punkt Abzug. Nicht schlimm. Ja, aber dafür haben die Kalisterpunkte. Aber Schopper? Er hat auch wenig, als wenig Leben. Zweimal Reißer auf einmal. Ball, 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 Ball. Ja. Hast du? Ja. Oh, zack. Ja, endlich verdammte Machen. Ja, immer mehr Punkte. Einfach so. Ja, alles. Hey, warum kommt kein GP? Ich dachte, GP halt das. Nein, nein, nein. Das ist alles auf... Setz mal innen. Und danach das dritte. Okay? Okay, das dritte, das dritte. Oh, bitte. Sofort das dritte. Ey, die kommen perfekt auch noch zu mir. Vielleicht, vielleicht. Wissen wir doch nicht. Müssen wir gucken. Ja. Ey, sag ich ja perfekt. Das ist perfekt, das Ende mal. Perfekt. Nein. Entschuldige, jetzt mal noch besiehen. Setz mal Robin ein. Was? Ey, so ein dreckiger Bastard. Ey, Mann. Geht doch, ich habe noch die Musik. Ach du, ich habe noch eine Gehensels. Denn das ist ja nicht, aber ich habe an dich geglaubt. Ich habe nichts zu mir. Was? Ne, von Hülsing, er ist nicht, er ist nicht. Mach mal andere, ich hab auch das Gefühl, das ist echt nicht. Übertrag mit ankommen, mein Leben ist auch wichtig. Na, noch einiges Mal, wenn man mal bin. überleben den Kampf und die Lassenthalte Neu denn doch haben wir das ist die Klinik durch die sieben zu schwach müssen die Folgen die Sohn die sind zu schwach rechts ist da und hier ist kann aber trotzdem versuchen kommen zwar ist der mit 2 mit 18 wir kommen die ganz so zu versuchten überlebe den Kampf ja okay einmal sind nur einmal weil er muss so schnell weglaufen mit nachtisch wird sie wohl nicht brauchen los geht's erheiner die Ende muss so in dem muss so um dein Leben laufen so um dein Leben laufen was das so schön die Sorte zum Urlaub lauf weg die Führer was ist ach stimmt dass er so diesen Punkt wenn man ihn zufrieden ein Mannschaft des Mannschaften Mannschaft ist ich weiß nicht er sind nur was er zu essen und dann wird immer mehr 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 und okay okay das schafft man doch darf nur die Hoffnung nicht aufgeben ist und Feger es will ich noch nicht tun jetzt gleich jetzt und da immer weiter ist nein du Hund ich weiß aber trotzdem bleib da lieber bleib da ist klar essen komm versuch dieser dreckige Bastard aber Mannschaft ist ich hab doch gesagt wir müssen so auf Feigling tun richtig auf Feigling was das ist die ganze stimmt die ganze so lange warten bis er zu dir kommt warte gelöst und nützt das Fleisch und ich warte warte so perfekt aus warum kommst du jetzt und Kammerfleisch Dönerfleisch ich will es auch noch mal versuchen der letzte Versuchung muss ich lassen dass ich darauf gelitten okay also muss das jetzt in diesem Part schaffen ich dachte mal kann ich nicht im Hitzemodus sterben okay wer hat das gesagt ich weiß nicht aber ich hab's gedacht egal komm ich schaffe es einfach so einfach optimistisch einfach so scheiß dass man da kann man kann da vielleicht nehmen oder nicht ja dann kriegt man wieder leben und dann geht das wieder weg ja ist doch besser so überleben im Hitzemodus so ja so ja trotzdem mach so ja kommt ich kann ein ganzer Mistakes ist arbeiten weißt du das nein wir könnten nein hat der Falle gemacht oder was war das ja in der Luft kann das bekommen Arme ist klar Robin ist klar was soll ich mit der Lockport Bantu wollte ich sagen aber hab ich auch meistens in letzter Versuch auch nicht ich verstehe nicht was sie mit dem Lockport wollen ja wenn man halt es durch hat dann kann man ja ach du scheiße man ich habe einfach kaputt machen einfach kaputt machen hat er gesagt man schafft es Pingueverteilung ist klar ich habe alles Leben eins natürlich eiskalt man egal wie kann ich noch nein im nächsten Part dann tschüss